Musik Yo Leute, ich bin Sotranik Und ich bin Pukki Ja, ich bin jetzt gerade in Graz bei Pukki angekommen Wir gehen jetzt einkaufen Und am Freitag um 12 Uhr ist ein 24 Stunden Stream mit dem Herrn Pukki Genau, also von Freitag 12 Uhr bis Samstag 12 Uhr auf seinem Channel Pukki in der Beschreibung, kennt ihr jeder Und ja, wir gehen jetzt erstmal einkaufen Musik 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 Leute, Giveaways sind natürlich auch am Start Das ist das beste Eis Ja man, das hole ich mir auch immer Das reicht So Leute, wir haben unser Essen gekauft Ist nicht so viel geworden War ein bisschen zu wenig Süßigkeiten, würde ich sagen Was sagst du? 221 Euro Halt Halt Machen So warte Ja Leute Pukki hat es gesagt 221 Euro die Google Play Karten habe ich in meinem Arm Ne, wo hab ich denn die Leute Ja Es gibt übrigens auch ein fettes Giveaway ITILS Karten holen wir noch Ähm Ja Ja Kommt auf jeden Fall dann beim 24 Stunden Stream Und macht beim Giveaway mit Ja das ist so schwer man Ja das ist schwer Ich treffe Vor allem ist jetzt ein fucking Berg Oha Oha Na hat auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen Ist auf jeden Fall nice Leute, ich hab ein Esel gesichtet Pukki ist ein Esel Was heißt ein Esel auf Ja Ne, es macht keine Esel Es macht eine Ziege Bist du eine Ziege oder was? Ja Warte mal Wie siehst du das hier so ein richtiger Gandal Leute Wir tragen jetzt den Einkaufswagen Einfach in sein Zimmer Hier schön die Treppe hoch Ist auf jeden Fall nice So Leute Wir haben jetzt einfach den Einkauf Im Zimmer von Pukki Einfach mal eine Treppe hochgetragen Das war so ein Auftrag Wir schwitzen beide Das ist mega hart Das ist so tot, Alter Leute das ist einfach mal verdammt geil Ähm Ja So Leute das war's mit dem Vorbereitungsvlog Für den 24 Stunden Stream Wir haben auf jeden Fall ordentlich was eingekauft Und es gibt auch Wie vorhin schon gesagt Ein Giveaway Also schaltet auf jeden Fall mal ein Bei dem Stream Und dann würde ich sagen Sehen wir uns Freitag Tschüss